Musik Herzlich Willkommen in Friedrichshafen, der Stadt am Bodensee, in einer wunderbaren, begnadeten Landschaft hier im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz gelegen. Ich lade Sie herzlich ein, unsere Stadt kennenzulernen. Musik Willkommen an Bord, in einer Stadt mit internationaler Prägung und herzlicher Direktheit. Hightech-Standort und Messe-Metropole, direkt am Ufer des Bodensees. Friedrichshafen und die Ortschaften Eilingen, Kluftern, Raderach und Ettenkirch. Musik König Friedrich I. und seine Nachfahren legten vor 200 Jahren den Grundstein für eine wachsende und gedeihende Stadt. Die Königsfamilie siedelte Graf von Zeppelin und sein Unternehmen in Friedrichshafen an und machte somit die Stadt zu dem, was sie heute ist, zur Innovationsstadt. Volle Kraft voraus, Technik mit Tradition und Präzision. Der Standort bietet exzellente Bedingungen für Gründer, Entwickler und Entdecker. Für den leistungsfähigen Mittelstand und internationale Unternehmen. Hervorragende Ergebnisse setzen einen gemeinsamen Nenner voraus. Unserer ist die Entscheidung für Professionalität und für Lebensqualität. Musik Friedrichshafen ist deutschlandweit eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität. Familiär und bezahlbar. Unser Betreuungsangebot und Bildungsangebot ist einzigartig. In 37 Kinder, Krippen und Gärten können berufstätige Eltern ihre Kinder betreuen lassen. An 13 Grund-, Werkreal- und Realschulen sowie an 7 Gymnasien werden über 5000 Schüler auf ihr Leben vorbereitet. Die musischen Begabungen werden in unserer Musikschule gefördert. Wissen will wachsen. Ein besonderes Klima für Ausbildung und Weiterentwicklung finden die Bürger von Friedrichshafen, aber auch Studenten aus aller Welt in großzügigen Bildungseinrichtungen auf neuestem Stand. Schüler und Studenten entscheiden sich für Ausbildung und Studium in bester Lage in der Vierländerregion. Friedrichshafen ist eine Stadt unterschiedlichster Begabungen und mit kulturellem Anspruch. Deshalb ist das Angebot breit. Von Kleinkunst bis Rockkonzert, von jungen Entdeckungen bis zum Orchester von Weltrang. Zahlreiche Restaurants lassen auch kulinarisch keine Wünsche offen. Und für einen längeren Aufenthalt stehen mehrere tausend Betten in attraktiven Hotels und Privatunterkünften zur Verfügung. Stolz der Stadt sind das Zeppelin- und Dorniermuseum. Sie geben Einblick in die bewegte Geschichte einer Stadt. Auch eines der größten deutschen Schulmuseen ist hier beheimatet. Temperamentvoll, bunt und voller Lebensfreude. Es gibt die Fasnet, das Seehasenfest und viele weitere Veranstaltungen. Von Bundesliga-Volleyball bis zum Freizeitsport. Auch sportlich haben wir viel zu bieten. Das Klinikum Friedrichshafen bietet modernste Medizintechnik, umfassendes Know-how und ein Team von vernetzten Spezialisten unter einem Dach. Friedrichshafen überzeugt durch zeit- und trendgerechte Messethemen und innovative Konzepte. Mit 85.000 Quadratmetern Gesamtfläche ist die Messe Friedrichshafen eine der großen Messe- und Veranstaltungsplätze Europas. Mitten im Zentrum das Graf Zeppelin-Haus. Hier treffen sich Kongressgäste in einer einzigartigen Architektur mit modernster Veranstaltungstechnik. Wir sind jederzeit erreichbar. Zwei Fahrstunden nach München und Zürich, drei Stunden nach Mailand und über den Bodensee-Airport kommen Reisende aus 35 Destinationen nach Friedrichshafen. Fliegen Sie mit dem Zeppelin, erleben Sie eine Katamaranfahrt nach Konstanz und Grützi ohne Grenzen, heißt es mit der Fähre nach Romanshorn. Und auch digital ist Friedrichshafen auf der Höhe mit zuverlässigen Datenautobahnen und besten Übertragungsraten. Friedrichshafen am Bodensee. Willkommen an Bord. Friedrichshafen am Bodensee. xtrem Wanda und Veranstaltungsягswetнал 牛